Das kannst du dann in der Frontlinie wieder üben. Oh ja. Und dann gehst du auf die Map wie eine Arti. Ja, ja, ich wiss. Nicht F7, S7. Ach, S7, na da. Nein, nur 7. Teil 7. Also musste ich mich ja dezent etwas zurückhalten. Was haben wir denn da drüben? Oh nee, wer macht denn so nicht mehr? Tolle, Franz. Sowas spart man doch. Soll ich ansagen? Ja. Also wir holen uns die Stadt. Die Mets, die bleiben mal hier so ein bisschen. Machen Metsachen und versuchen zu flankieren. Jo. Ja, jo. Das war's. Ja. Ja. Aber Mets, ihr könnt euch ein bisschen hier orientieren. Und dann sprecht euch ab, wann ihr flankiert, okay? Wie, jetzt doch links. Ja, ein bisschen links. Bleibt zusammen. Ein bisschen links. Und genau. Muss noch nachladen. Ich sag Bescheid. Mit kleinen Ansagen kann's ja jeder. Eben. Soll noch ein bisschen Spaß machen. So, wir chillen hier erstmal. Hm. Die Mets fahren hier hoch. Und bearbeiten die hier. Ich bin leer. 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 Waschen wir uns hier. Ja, ja, lass ich. Ich bin am Nachladen. Die Pushen in der Mitte. Ja, Mets, ihr müsst jetzt flankieren. Von rechts. Aufpassen gehen. Haltet sie noch ein bisschen aus. Komm mit. Ne, jetzt flankiert die von links. Oh, bin dabei. Der da kann auch mitspielen. Ja. Der raus hier. Bin am Nachladen, bin am Nachladen. Vorsicht, ah, die Schlag wird gesetzt. Geh weg, Skoda. Boah, das war halt so ein Milder in der Ecke. Er hat geschossen. Nimm den Knurven raus, komm hier. Der Knurven muss raus hier. Der hat die beste DPM. Olaf, ich komme auf den Zug. Nur einen in die Back. Hilf mir mal. Knurven. Komm nicht auf ihn. Einen hab ich noch drin. Los, du mach dich. Ich hole mal die Drecksauters hinten raus. Pantera, fahre rein und nimm den Knurven raus. Ich geh jetzt. So, raus mit dem jetzt. Ja, nachladen. Ich hab mich allein gelassen. Hä, es ist Wacken. Worraß kann eigentlich da hinfahren. Worraß, was machst du da? Hier rein. Kann mir mal einer helfen? Bei dem Medium hier? Komm hinter. Okay. Bleibt zusammen, ganz wichtig jetzt. Bleibt zusammen. Und sprecht euch ab. Eine Burasko nutzt das One-Shot. Ja, ich weiß. Ich versuche mal von hinten zu kommen. Jetzt raus mit dem. Eine halbe Stunde. Ich bin leer. Sauber. Du musst nachladen. Du, du noch einmal. Bist du voll, Boras? Einmal drauf. Sieben Monate hast du drin. Komm, nimm ihn raus. Kevin? Ja, vier Sekunden. Vier Sekunden. Ach, du ein Schwein, ey. Ey Kevin. Das war kein Schwein. Das war... Ja, 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 ja. Riesenschwein. Gut, dass der ein bisschen blöd war. Aber gut. Er hätte auf mich schießen sollen und nicht auf mich schießen sollen. Ja. Puh. Ja, hätte das schief gehen können. Wichtig ist, dass die Mähzeit zusammenbleiben, ne? Bei dem Burasko bin ich mal leicht nervös geworden, als er aufs Feld ist. Aber gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Aber er kam ja dann noch ran. Ich war im Nachladen. Ich musste erst mal eine kurze Kampffschleife drehen. Oh. Okay. Schleife. 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 Ja, aber du hast es gesehen. Hätte ich die Britte nicht zweimal angeschossen, dann hätte er wahrscheinlich gewonnen. Okay, let's go. Ja, ich hab zwei Schüsse. Wollen wir mich mal kurz kontrollieren? Puh. 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 Ja. Hab ich dir schon gesagt, dass ich jetzt deine Stimme auf dem Handy hab? Ach du Scheiß. Ja, hast du gestern gesagt. Hast du doch ständig. War er dabei? War er dabei? Okay. Okay. Ich sollte doch jeden Tag eine Nachricht schicken. Hast du es noch nicht gesagt? Da hab ich aber noch nicht viel vernommen von. Freundchen, da muss man keine Ahnung nachholen. Hau mal ins Grün. Du musst jeden Tag was vorlesen. Ja. Aber das zum Einschlafen. Das war die Stimme von Platini. Also. Warum die Nachrichten nicht an mich gingen. Mädels. Jetzt der nächste Sieg. Jetzt setzt er uns jetzt schon wieder unter Druck. Nein. Ich will, dass ihr wisst, dass ich ganz fest an euch glaube. Ich war der einzige mit Null Damage gerade. Also von dem her. Viel hatte ich auch nicht. Ach je. Aber normalerweise ist es immer so. Okay, das weißt du. Wenn wir zwei total versorgen, gewinnen wir immer. Ja, das ist meistens so. Aber dass der Artischlack gar keine HP gezogen hat in der Ecke. Das war irgendwie. Obwohl der da drinne stand, gell. Komisch. Was haben wir denn hier? Schön. Okay, wir sind auf der guten Seite. Moment. Hi. Hi. Will jemand in der Base bleiben? Zum Deffen? Zum Resetten? Vielleicht ein Brogetto? Okay, wir fahren die gute Seite. Wir fahren nicht in die Stadt, okay? Der ELC. Haben wir einen ELC? Ja, der macht hier was auf. Und wir holen uns die Seite hier. Aber erst mal Piano, erst mal hier abwarten. Gemacht. Geht's Roger? Schwierig heute. Oh mon dieu. Schwierig heute, du. Schwierig heute, du. Im Kopf. Naja. Na Roger, trinke mal einen Schluck. Hat die Brasilianerin schlechtes Parfüm gehabt? Ja, Alkohol. Ah ja. Das kommt davon, wenn man einen auf Männerabend macht, ne? Naja. Hab' ich noch mithalten. Oh oh. Hab' ich nie geschafft. Ja. Und du überlegst dir das nochmal, Anja. Hast du jetzt auch mit dem Ding? Muss jetzt mal die Namen aktivieren. Kommt da alleine mit den ganzen Kerlen sonst. Ach komm. Das überlebst du. Nimm deine Pfanne mit. Ja, die Pfanne mitnehmen. Wichtig. Ja. Am Ende soll ich noch was kochen? Ne, ne. Ja genau. Das bin ich. So. Ihr spielt sie jetzt einfach runter, ok? Wir haben ja eigentlich im Prinzip die bessere Seite. Eigentlich. Aber... Rechts, Herr Broketto. Und du setzt den Arti-Schlag so, wenn sie stehen? Fahrt ja mal ein bisschen auseinander wegen dem Arti-Schlag. Muss nachladen. Ja, gleich auf die Hervis setzen, den Arti-Schlag. Die stehen schön umeinander. Komm, die stehen zu dritter voneinander. Machen drauf. Ja. Er will vor? Ne, ne. Wart mal ab. Leute, nicht direkt vor den Stein und schießen. Kriegen die Schüsse ab. So rein in die Grube. Eins weiter. Ah, die Schlag ist raus. Ja. Eins weiter. Rechts der Broketto. 480. Heißt mein Arti-Schlag was gebracht? Ja. Die ist fast tot. Sehr schön. Boah, ich bin schon wieder U-Boot hier. Lass die Licht picken hier, ne? Ach ja. Du machst mich hier hinten auf, hinter den ganzen Häuser so ein bisschen. Ist klar. Rein in die Kuhle. Den Broketto rausnehmen. Der nächste. Rein, rein, rein. Go, 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 go. Ich bin abgesucht. Rein in die Kuhle. Ich halte alle drei auf. Ich halte alle drei auf. Ich halte alle drei auf. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Scheiße. Jetzt hab ich bei dem noch einfach alle. Du hast den EPR. Leute, wir wollen das jetzt wie im Ende. Ich nehm den Ding ins Haus. Mach der Feuer in den Arsch auch. Ach oder auch nicht, weil der Schuss wieder sonst wein geht. Ja gut, macht noch, holt noch das Beste raus. Schade. Pass auf, rechts. Ist doch vorbei. Ist doch schön vorbei. Hm. Hm. Also Leute, das geht voll gar nicht, gell? Nee. Sich am Leit hinstellen und schießen. Hier geht's auf und ich krieg die Schüsse. Ja, aber du brauchst doch nicht mehr stehen bleiben, wenn wir da sind. Ich halte doch die offen.